Innsbruck Grundlage allen Lebens Innsbruck zählt zu den wenigen Orten weltweit, die über reichlich Quellwasser in höchste Qualität verfügen. Die Bergwelt Innsbrucks bildet den unersetzlichen Wasserspeicher der Landeshauptstadt. Mit bis zu 1600 Litern pro Sekunde rauscht das Wasser aus dem Inneren der Nordkette in den Trinkwasserspeicher Mühlau. Hier werden mehr als 95 Prozent des Innsbrucker Trinkwassers gewonnen. Mit einem aufwendigen, über 460 Kilometer langem Leitungsnetz werden rund 130.000 Kunden mit Wasser versorgt. Die hohe Trinkwasserqualität entsteht durch die lange Verweildauer im Berginneren. Dort reichert sich das kühle Nass mit zahlreichen Mineralien und Spurenelementen an. Damit die hohen Qualitätsstandards des Trinkwassers auch auf seinem Weg zu den Haushalten sichergestellt sind, wird das gesamte Wassersystem mit seinen Quell-, Behälter- und Pumpanlagen sowie dem Rohrnetz von den Wasserspezialisten der IKB laufend überprüft, gewartet und erneuert. Dafür werden modernste Fernwerk- und Überwachungssysteme eingesetzt. Rund um die Uhr steht das Wasserteam seinen Innsbrucker Kunden zur Verfügung, um auch bei unvorhergesehenen Rohrgebrechen sofort eingreifen zu können und in wenigen Stunden den Wasserausfall zu beheben. Mit regelmäßigen Analysen und Untersuchungen wird das Trinkwasser laufend auf Reinheit kontrolliert. Langjährig erworbenes Know-how wie Fernwegtechnik oder Rohrnetzüberprüfung bietet die IKB als Dienstleistung auch Gemeinden außerhalb Innsbrucks an.